Hallo Leute, herzlich willkommen zum Classic Crossfit Online Programme. Wir starten eine neue Woche mit einem schönen Workout und ich hoffe, ihr habt euch über das Wochenende zumindest ein bisschen erholt, dass ihr heute fleißig weiter trainieren könnt. Zum Training, wir beginnen mit einem Tabata-Modus als Warm-Up, das heißt 20 Sekunden on, 10 Sekunden off, A4 Übungen und 2 Runden pro Übung. Und ihr beginnt mit einem Hand-Block, dann habt ihr alternierende Elbow-In-Strap-Stretches, Single-Squat-Stretches und alternierende Samson-Stretches. Und wer die Übungen noch nicht kennt, der schaut bitte hier in den Videos nach. Zum Artel machen wir dann quasi in einem ähnlichen Intervall-Modus weiter, nur jetzt hier 40 Sekunden on, 20 Sekunden off für 5 Sets. Und ihr beginnt mit Bulgarian Dumbbell-Squatts auf der einen Seite, dann auf der anderen und dann Single-Leg Dumbbell-Glood-Bridges auf der einen Seite und dann auf der anderen. Bitte arbeitet die 40 Sekunden kontinuierlich durch und versucht auch auf beiden Seiten immer so die gleiche Web-Anzahl zu schaffen. Wer die Übung jetzt nicht kennt, schaut nochmal hier. Und ansonsten sprechen wir kurz über das Conditioning. Hier haben wir auch einen Intervall-Modus und zwar 5 Runden auf Zeit. Startet jede Runde mit 20 Push-Ups, dann kommen 30 Air-Squats und 40 Sit-Ups. Und ihr macht zwischen den Runden bitte 1 Minute 30 Pause, was bedeutet, dass ihr jedes Mal wirklich hart und schnell durchgehen müsst. Und ich glaube, der limitierende Faktor sind die Push-Ups. Also wenn ihr die jedes Mal unbroken schafft, dann seid ihr wirklich sehr, sehr gut dabei skaliert. Wird entweder vom Knie oder mit einer Erhöhung bei den Push-Ups-Sit-Ups und Air-Squats müsst ihr eigentlich alle so wie beschrieben können. Und wer die Übung nicht kennt, schaut hier auch nochmal nach. Zum Accessory, hier haben wir einen Plank Hold, 5x1 Minute mit 30 Sekunden Pause zwischen den Sets. Und dann habt ihr, glaube ich, auch genug für den Montag getan. Und dann sehen wir uns morgen für das nächste Workout wieder. Und ciao.